Hi, ich bin Lena und ich bin Wasserspringerin. Hallo Lena, hier sind wir wieder. Hier ist schon mal dein Lappen, dann kann es eigentlich gleich losgehen. Und zwar ganz gemütlich im Sitzen. Auch da ist schon wieder der Lappen. Was setzt denn da mit auf sich? Das ist wirklich neben dem Badeanzug das wichtigste Unterziel. Okay, und warum? Damit wir in der Hocke nicht abrutschen. Okay, verstanden. Aber lass uns mal langsam weitermachen. Der Bundestrainer guckt schon. Okay, so langsam vielleicht auch nicht, aber sehr schön. Dann war irgendwie das Brett kaputt. Haben sie aber gut wieder hingekriegt. Und was macht eigentlich Lena? Na ja, klar. Ciao, danke. Wir dann noch mit Spezialauftrag. Unter Wasser. Was es mit der Aktion auf sich hat, seht ihr dann bald auf Team Deutschland. Lena, kann es auch kommen erwarten. Bis dahin, immer eine Handbreit Wasser an dein Brett und gut Sprung. Er musste ohne Spritze eintauchen.